Dieses Jahr wurde Ostern in ganz kleinem Kreis der Familie gefeiert. Der Osterhase hat dem Deo ein paar Nester im Haus bzw. auf der Baustelle versteckt und mit bisschen einer Hilfe beim Suchen hat sich Deo über seinen ersten Osternester freuen können. Der TSV Hartberg ist verdient in der Meistergruppe, weil wir einen super Offensiv-Fußball spielen, gezeigt haben, dass wir gegen die Großen bestehen können und einen überragenden Grunddurchgang gespielt haben. Was ist derzeit Deine Lieblingsbeschäftigung? Der Hausbau befindet sich gerade in der finalen Phase. Es werden auch gerade die letzten Kleinigkeiten erledigt. Aber meine absolute Lieblingsbeschäftigung ist die Zeit mit der Familie zu verbringen und der Kleine hält uns die ganze Zeit auf Trab. Wie hältst du dich momentan fit? Das Trainerteam hat ein Trainingsprogramm ausgeschrieben, das natürlich diszipliniert durchzuziehen, damit wir einfach auf einem gewissen Level bleiben. Ernährungstechnisch ein bisschen experimentiert, ein paar neue Gerichte ausprobiert und ich möchte für die Zukunft mitnehmen. So beschreibe ich mich in drei Worten. Ehrgeizig, ich kann keine Partie verlieren, temperamentvoll, bei Diskussionen kann schon mal hitzig zur Sache gehen und direkt, ich spreche Sachen gern sofort an. Für den Videoschiedsrichter, der Elfmeter, sicher verwandelt von Dario Tadic, in seinem 100. Bundesligaspiel erzielt er sein 30. Tor. Ich kann gar nicht mehr warten, am Rosenzum stehen, dass das Training wieder losgeht und die Spiele stattfinden. Die Mannschaftskollegen sind mir natürlich sehr abgegangen, die Gaudi in der Kabine muss man einfach rum, das freut mich natürlich sehr. Meine Corona-Message an die TSV-Familie ist, gesund bleiben, haltet euch unbedingt an die Maßnahmen und ich hoffe, dass wir uns bald wieder im Stadion sehen können. Bis bald!